Hallihalli meine Freunde und willkommen zum 86. Part von FIFA 13 Ultimate Team. Ja, ich habe mir ein fettes Team gemacht, damit ich halt keine Fitnesskarten kaufen muss. Immer jeweils für ein Team kann ich jetzt, ja halt, hier habe ich ja die Serie A Mannschaft auf der Bank. Bei der Serie A Mannschaft habe ich jetzt meine neue Schweizer Mannschaft auf der Bank. Ist von der Raiffeisen Super League und ja, da habe ich hier, natürlich Jansommer, kennen sich ja einige. In der Innenverteidigung Alexander Dragovic, 73 Pace, Dingsdak, 72 Pace. Dann links habe ich Park, der hat 83 Pace. Rechts habe ich einen der Degenbrüder, der hat auch 83. Dann im rechten Mittelfeld eine kleine Pace-Suche mit 87 Pace, der zweite Degenbruder. Dann habe ich hier Alexander Fahnerüth, ja, 73 Tempo. Hier dann Fabian Frey, 75 Tempo. Linkes Mittelfeld, Valentin Stocker mit 83 Tempo. Und vorne habe ich den Alex Frey mit 68 Tempo. Und Jacques Suhr mit 81. Also kein Pace-Suchen-Team. Habe einmal gespielt damit und gegen ein brasilianisches Pace-Suchen-Team. Der hatte nur Emenique, Valetn, Pato, Ramirez, Robinho, Hulk. Alles hatte er. Und ich habe den einfach mal 5 zu 2 weggeklatscht. Suhr hat, glaube ich, zwei Tore gemacht. Er hat zwei Tore. Ja, hier steht zwar schon drei Spiele gespielt, da habe ich in der Nacht mal gezockt. Da habe ich nach einer Minute jeweils abgebrochen, da mein Gegner zuerst ein Team hatte mit Walcott, IF, Lavezzi, Gervinio, nur schon der Sturm. Und im zweiten Team hatte mein Gegner Cristiano Ronaldo, Messi, Di Maria, Ramos, Casillas, Xavi, Daniel Ves. So, was hatte der? Ja, aber jetzt habe ich zwar schon zwei Spiele, hätte Reinhold verloren wieder in Liga 1. Der Abstieg schon so gut wie sicher. Aber das will ich natürlich nicht. I wanna win this motherfucker. Da kommt kein Gegner. Ich bin ja jetzt doch eigentlich noch ungeschlagen mit diesem Team. 90 Minuten habe ich ja nur einmal gespielt und die habe ich dann auch gewonnen. Mal schauen jetzt. Ah. Palotelli, El Charabi, Aubameyang in Form, Guarín, Vidal, Nainggolan, Santon, Okpona, Barzagli. Torwart kenne ich nicht, Rechtsverteidiger kenne ich nicht. Aubameyang. Aubameyang. Ja, ist klar. Na ja, also sein Sturm ist nicht ohne. Ist möglich. Ich gehe mal hier wieder auf Konterdefensiv. Der Siglio heißt sein Rechtsverteidiger. Ist der, der, also der Silberner Rechtsverteidiger. Komm schon, Fahnerüth. Also ich meine, meine Innenverteidigung, die ist, äh, fucking Imba. Da hatte mein Dragovic, FC Basel halt, äh, hat der einfach mal Laufduelle gegen Welton gewonnen. Wie er das gemacht hat, äh, frage ich mich heute noch. Heh. Weil es sind dann doch 20 Pace Unterschied. Ich. Uiuiui. Warum laufst du, warum läufst du weg, Stocker? Uh, 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 uh. Nee, das ist kein Problem für Jan Sommer. Das ist kein Problem. Ja, ich bin halt nicht so kopfballstark Halt Silberspieler Aber ich hab einen Freistoßgott Den Alex Freit hat er über 90 Freistoß Und ich glaub 92 Freistoß Und 93 Elfmeter Ah, das ist schon ne Bombe Er ist halt nicht der Schnellste Aber sein Schuss Ist unhaltbar meistens Oh, warum ist da Fahnerü? Da müsste Deben sein Tja Mein Sturm ist ja eigentlich sehr langsam Mit 81 und 68 Pace Aber das Geht schon Nein, 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 nein Park, Park Uh, sehr schön Frey So, da Jacques Sua gegen Okpona Ne, Barzakli Oh, schade Oh, hier Alex Frey Die Pace-Suche Oh Na gut, das ist dann kein Problem Für Okpona Das ist das Obermeyang Oh, Dienstag 2000 Also die Innenverteidigung Hat schon ein Drittel des ganzen Teams gekostet Und zwar 3000 Coins Ich hab 10.000 Circa bezahlt Für das Team Und da ist Alex Frey Das war ein guter Schuss Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen Da war ja nicht grad gekommen Mit Okpona Komm, komm, komm Uh Sehr schön Dienstag Ja, ich als FC Basel Fan bin natürlich Übermotiviert, wenn ich mit einem Schweizer Team spielen kann Das hauptsächlich aus dem FC Basel besteht Das war jetzt ein bisschen blöd Ich hab ja auch das erste Spiel gewonnen Mich mit schönen Kombinationen durchgespielt Komm, 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 komm Oh Was ist das da? Degen Gibt ja ein bisschen Mühe Oh Ja Palotelli Palotelli, ja Ist ein bisschen verdient Ist ein bisschen verdient Ehrlich gesagt Na ja Ich meine Ich hab ja auch Eigentlich ein schlechtes Team Es ist Halt Kein reines Goldteam Es ist Silber Bronze Trainer Ähm Gleichzeitig sind es keine Pacehuren Das macht es dann Noch ein bisschen schwerer Aber jetzt Fahne rührt Park Oh Wie kommt der Gegner da noch an den Kopf Weil ich war ja ganz alleine da am Anfang Ich war ja ganz alleine da am Anfang Ach Mann Das ist doch ein Witz Das ist doch ein Witz Das ist doch ein Witz Ja Jetzt kommt er da noch mit Lack an den Hall Aber Jan Sommer Jan Sommer ist ein Biest Meine Hausplaylist hat mir bisher noch nicht so viel gebracht Give me a little bit luck Please Morgen muss ich dann wieder mit dem Serie A Team spielen Damit ich wenigstens noch ein Sieg in Liga 1 habe Oh Warum zu Fahne rührt Warum zu Fahne rührt Lol Da habe ich nicht mal Drakowitsch als Spieler gehabt Trotzdem kommt er an den Ball und das war schlecht Von Fahne rührt Oh Guarin Go 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 Alex Frey Pace Sura Och Sura Warum läufst du nicht weiter Gib mir jetzt den Ball Ich mache jetzt ein Tor Jacques Sura Das ist der Stürmer hier Degen 87 Pace Gute Flanken Okay Das war eine sehr schöne Flanken Soll ich denn die Fahne rührt Ne kommt frei Jetzt können wir es hier eigentlich sehen Der hat FW 89 Elfmeter 97 So Wahrscheinlich mehr als Ronaldo Oh 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 Schade Fahne rührt Mit dem haben wir noch gar kein Tor gemacht Das ist doch mal eine Verteidigung Sagt sich im Spiel Der den Ball hin Wo spielt denn der den Ball hin Ja mit frei kannst du nicht viel machen Oh Sura 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 Jawohl Jacques Sura Haha 45. Minute Sehr schön durchgesetzt Sehr schön durchgesetzt Sehr schön Zack Unhaltbar Der FC Akkuyaku ist wieder im Spiel Gleich noch das 2-1 In der 45 Oh schade Ja Okpona hat ja gleich viel Pace Wie Sura Ja Das wäre jetzt aber noch Hammer gewesen Das 2-1 2-2 2 Tore in 2 Minuten Das wäre dann Ja gut Er hat 56% Ballbesitz Aber von den Schüssen her Ist es ausgeglichen Also Er spielt jetzt nicht viel besser als ich Kann man so sagen Ich will natürlich ungeschlagen bleiben Mit diesem Team Möglichst lange Nicht so wie in meinem Serie A Team Da war ich ja nach dem ersten Spiel schon geschlagen Also jetzt nicht im Let's Play Im Let's Play bin ich noch ungeschlagen Sehr schöner Einsatz da von Degen Oh Oh Hat ihn sogar noch verletzt Ja die Degen Brüder in der Schweiz Die sind Oh fail Die sind bekannt für ihre Härte Den ist dann der Gegner scheißegal Wenn sie reinkommen In den Zweikampf Ratja Nainkolan Ja gut Er ist ja Ein Ein normaler Goldspieler Oh Das war schlecht Das ist Leali Heißt sein Torwart Ist ja Auch ein Silbertorwart Oh Die Goldspieler machen es am schlechtesten So El Sharabi No problem So Degen gegen Santon Oh durchgesetzt Los 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 Oh Elfmeter Lol What Das ist doch Elfmeter gewesen So jetzt im Ernst Aber das wäre faul gewesen Klar Oh gut gemacht Schön in die Mitte geköpft Boah Riskant riskant Das darf man nicht machen Wenn man gewinnen will Meine Verteidigung ist so geil Leute Die ist so geil So wenig gekostet Und trotzdem so stark In der Verteidigung Ist es eigentlich Unbesiegbar Wenn der Verteidiger Um die 75 Pace hat Es ist wie David Luiz Imbar Oh mein Gott Oh mein Gott Das war sogar noch ein Rückpass Boah So da läuft Stocker Ich weiß nicht Wie viel Pace Ist er Der Siegel Ah Gut gemacht Stocker Gut gemacht Und warum kann da nicht Dienstag kommen Komm Sehr schön So sehr schön Jetzt da Schnell Schnell Oh Fahnenrüt Oh Hat keine Ausdauer mehr Obwohl sie 99 Fitness hatten Vor dem Spiel Aber jetzt Oh Ecke Oh ich habe aufgeholt Mit dem Ballbesitz Haben die eigentlich noch andere Viel FV Außer frei Ne Dann ist er gut Oh 2-1 Hahaha Dragovic So ist es schön Zack Dieser Spieler Ist ein Biest Dieser Spieler Ist einfach nur Ein Biest Wenn ihr ein gutes Billiges Team wollt Kauft euch eine Schweizer Mannschaft Ganz einfach Jetzt will ich aber aufpassen Hinten Oh Nein Das Das ist doch ein Scherz Das ist doch ein Scherz Ganz einfach Ganz einfach Oh 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 Bamayang Habe ich geschlafen Gerade nach dem Führungstreffer Jetzt muss ich wieder ein bisschen Konzentrieren Und fahren Ich weiß gar nicht Ich glaube der Linke Ist ein starker Fuß Keine Ahnung Och Das war aber glaube ich wieder Dragovic Mit dem 1 2 Fahne Rüde Ist doch ein Idiot Auf Midolivan Nein Nein Oh Sweaten Nee 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 Sweaty Bastard Ach du Scheiße Ist das ein Kleiner Scheiß Sweater Ist das ein Kleiner Scheiß Sweater Jetzt machen wir das so Palacio Die Natale In den Sturm Und für Fahnerüth Kommt Boateng Ah Jetzt mache ich das so Meine Geheimwaffen So Komm jetzt Jetzt kannst du noch mal Einen haben Jetzt kannst du noch mal Einen haben Hier Jetzt Zweitig auch Jetzt Zweitig auch Den hier auf Sehr offensiv Teampressing Aber wenn sie schon Die Natale Anspielen Muss der Ball Auch ankommen Gut gemacht Oh Boah Ich dachte schon Hey Was soll das denn Jetzt Jetzt kommt noch die Dummheit dazu Einfach nach vorne mit dem Ball Ich sehe es schon Meine eingewechselten Spieler werden keine einzige Ballberührung haben Doch jetzt Die Natale Gut gemacht Hey Es ist so kein Platz davor So So Komm jetzt Soll noch einer laufen Och Mann Komm 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 Das war so ein schlechter Pass So ein schlechter Pass Von Die Natale So Komm jetzt Yes Yes Palacio Palacio Oh Yes Ja da hast du es Und gleich noch einen Gleich noch einen Jetzt pfeift er ab 100% Die Natale Oh Da kommt er mit dem Torwart raus Da habe ich nicht gesehen Nein Nein Du behindertes Sweaty Kind Du scheiß Sweaty Kind Das gibt es doch nicht Das gibt es doch nicht Es ist Unglaublich Unglaublich Du musst es einfach nötig haben zu sweaten Unglaublich Und Ne Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ne Tschüss Das gibt es doch nicht 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 Das gibt es doch nicht